Liebe Dame, liebe Dame, liebe Lisa, für euch, für euch, sehr schön. Samuel, jetzt leise sein. Sarah, komm, setz dich her. Ich trau's. Ich gehe mit den Wolken, gehe mit den Tanzen. Ich gehe mit den Wolken, gehe mit den Tanzen. Ein Hörner unter Regenbogen, ein Hörner unter Regenbogen. Ich gehe mit den Wolken, gehe mit den Tanzen. Delfine unter Sonnenuntergang, Delfine unter Sonnenuntergang. Ich gehe mit den Wolken, gehe mit den Tanzen. Ich habe meine Tanzen. Sie lebt in dem Schloss, in den Wolken. Sie ist die Königin von dem Schloss. Und ihr Mann ist der Königin. Und er ist mein Onkel. Ich gehe mit den Wolken. Ich gehe mit den Wolken. Ich habe noch eins für euch, das ist ein bisschen leichter und los geht ja, glaube ich, weil die gibt es. Soll ich es noch spielen? Ja. Und jetzt ist es fertig. Jetzt? Okay, mal da mal, das geht so. Ist es wie du da? Ja, das kennst du gerade aus. Nein. Sag mal, jetzt lass den Felix singen. Felix, das ist mir nur das Gründchen. Das ist super, das geht so, wie du das. Das ist ein Liebeslied. Es handelt von der Liebe. Es handelt von der Liebe eine alte Frau. Die alte Frau ist ein Verliebt in ihrem Hund. Die alte Frau liebt den Hund. Und alles, was der Hund so macht. Ja, uh. Und der Hund liebt die alte Frau sehr. Und der Hund singt ein Lieb für die alte Frau. Das steht wie die Frau. Eine kleine Kackwurst ist mein Beschenk für dich. Diese kleine Kackwurst, vergiss nicht, bitte nicht, au, eine kleine Kackwurst, ich weiß und doch so kann, au, diese kleine Kackwurst, nimm sie in deine Hand, au, eine kleine Kackwurst. Diese kleine Kackwurst, sie ist ein Stück, du, dieser kleine Kackwurst, au, ich will mich nicht, du, dieser kleine Kackwurst, ist mein Geschenk für dich, au, dieser kleine Kackwurst, sie will eine Dame, und ich will mich, 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 ich will Überraschend kann man die ganze Strafe-Mann-Folge von Franzosen kürzigen. Und nicht nur Dinge, sondern auch Bewegungen. Das zeigt euch im Prinzip, wenn wir... Die Bewegungsbewegung.